Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate, zu einer neuen Folge davon sogar. Und ähm, oh, was machst du denn hier mein Lieber? Ja, gut, dann laufen wir weiter und lasse meine Grafikkarte wieder auf Vollast plättern. Und da gerade aktuell nicht, aktuell kühlt sie sogar ab. Jetzt wieder nicht. Wir haben keinen Idensplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier, die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Idengrabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist deine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. Jut, jut. Ja, ich plane. Die Jackdaw-Skultur-Funden. Wissen Sie was? Ich glaube, diese Karte führt uns vielleicht zum Kenway-Anwesen. Kenway? Der Pirat? Meister, Assassine und Piraten. Genau. Ey. Was ist denn das? Was genau wissen Sie über dieses Grabtuch? Es soll die Kranken heilen. Ein Mythos besagt sogar, dass es Tote wiederbeleben kann. Doch die Schriften der Assassinen widersprechen dem. Aber ich habe noch nie von einem in London gehört. Halten Sie es für möglich, dass Edward Kenway eins gefunden hat? Warte mal. Kenway war doch in London und wurde hier getötet, oder? Was für eine Entdeckung wäre das? War das nicht Kenway? Ich kann kaum erwarten, es zu finden. Er war doch hier in der Oper, den wir töten mussten. Es überrascht mich, dass Sie noch nicht im Kenway-Anwesen gesucht haben. Edward Sohn Haytham trat den Templern bei. Als er starb, fiel in Haus und Erbe an Haythams Schwester. Das ist gefährlich! Langsamer! Oh! In der ganzen Zeit in London haben Sie sich dort nicht umgesehen. Wachen Sie denn überhaupt nicht neugierig? Ganz ehrlich, glaube ich nicht, dort irgendwas zu finden. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, Sie haben recht. Dort. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich möchte nicht gestört werden, außer es gibt Neuigkeiten von dem Notizbuch. Das macht die Sache schon schwieriger. Wollen Sie trotzdem hinein? Wenn das eine Templer-Festung ist, dann wird es immer schwierig bleiben. Aber keine Sorge. Wir halten uns schön fern von Miss Lucy. Sollen wir? Ist das jetzt Lucy Kenway? Oder? Können Sie doch mal nachschauen? Natürlich. Alle in den von Kenway-Finn. Da ist kein Eingang. Der sieht nicht. Der soll mich aber nicht sehen. Der kommt zu mir. Alles in Ordnung. Ich würde sagen, ich gehe mal hier oben rein. Ich gehe mal hier oben rein. Ich fühle mich beobachtet. Ich sehe nach, woher dieses Geräusch kam. Komm her. Ich muss da unten rein. Ja. Das Ding kann ich heften. Ich gehe mal hier oben rein. Ich gehe mal hier oben rein. Okay. Du bist weg. Hier ist die Ordnung. Öffnen. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Hm. Das ist wohl das einzige Ding hier, was so im Raum steht. Hm? Untersuchen. Untersuchen. Zumal. Ja. Ja. Also eins, zwei, drei, vier Und Ne Zwei, drei, vier Äh Ha Nicht sonderlich subtil, nicht wahr? Kenway hatte einen ausgeprägten Sinn für Spektakel Da hast du mal recht Eigentlich dürfte hier unten ja dann niemand mehr sein, ne? Unglaublich Sind das nicht die Maya-Teile da, die wir suchen? Meine Geschichte der Londoner Assassinen Schlupflöcher, Gewölbe Ein versteckter Schlüssel Was ist das? Du sagst, du hast Musik gehört Diese Öffnung war vorhin noch nicht da Sie schließt sich Ja, das sehe ich selbst Hilf deinem Blockieren Wir brauchen einen anderen Ausgang Ich steuere irgendein Ejector Eine ganze Schatzkammer Gefüllt mit der Geschichte der Assassinen Einfach erneut zurückgelassen Wir müssen Sie später zurückerobern Oder ein besseres Versteck finden Wir? Wollten Sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Hä? Ich dachte dabei mehr an sie und ihren Bruder Aber ich bin gerne bei der Planung behilflich Vom Zug aus Jakob ist auf Streifzug Gut, gut Wie alle andenken an Kenway finden Oh Gut Die habe ich wohl nicht gefunden Egal Wir haben wieder Neue Sachen bekommen Ich muss auf dem Boden stehen Dafür Umhänge Ja Ja, es sind nur schlechter Als die, die ich haben Ähm Oh, ich kann einen neuen Umgang Gut Verteidiger gewann Ja Das Ding habe ich ja auch noch nicht Aber Sieht nicht so schön aus Bleib bei dem Aber wir haben neue Fähigkeiten bekommen Weil das bedeutet Denn das Adrenalin Erhöht die Regenerationsrate ihrer Gesundheit Ja Klingt gut Ich finde Schleichen grundsätzlich noch besser Und Wenn sie Außer jene Die einen Generalschlüssel erfordern Das ist ihnen Sam Ähm Evie kann doppelt so viele Wurfmesser Weiß ich tragen Der Messer richten wesentlich mehr Schaden an Ja, das ist eine gute Frage Wenn man so haben möchte Ähm Ähm Ne Unaufhaltsam Mehr Gesundheit Mehr Gesundheit Erstmal brauch ich Oh Vier Gut, äh Nimm mich mal So Fortschutzlochbuch Gibt mir egal Ich würde sagen Ähm Na Können hier noch so eine kleine Sympathisantenaktivität machen Oder sowas Machen wir mal sowas Eine Templerjagd Achso, als Schönen Abschluss für die Folge Naja Ich hoffe mal, dass ich nur drei Minuten brauche Wer weiß Könnte auch ein bisschen mehr dauern Drei Minuten brauche ich allein schon, um da hin zu laufen Wenn ich da rüberkomme, dann lass ich dich ausbluten Hey Bin ich so wütend auf dich Allein du schuld So Stack 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 Ich möchte verdammt noch mal runter. So. Was hast du denn so dabei? Hm? Das Tier mit einer Rauchbümbe und einem Fleischstil töten. Ganz mein Stil? Ich war einfach so. Und dann einfach schön über die Dächer wieder verschwinden. So machen wir das. Zack. Geschafft. Wunderschön. Ein Teil von London mehr von diesen komischen Typen da befreit. Naja. Damit würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein.